Foto Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Heiden Sieg. Ja, lange nicht mehr gespielt. Aber ich hoffe, dass wird jetzt mal wieder eine gute Runde. Oh, tschüss, blog. Tschüss, blog. Ich bin ein... Ich bin einfach mal Bücherregal. A Bookshelf, A Bookshelf. Oh, komm, man kann das nicht früher mal kaufen, irgendwie, dass ich einen Blog auszupfen kann? Ich glaube, man kann dann später irgendwie bessere Blücke kaufen. Naja, hab ich eigentlich das Zoom noch... Ja, das Zoom ist hier auf der Taste. Ich hab mir jetzt nämlich wieder Optifine installiert und da... Ich bin so, ja, Bücherregal, Bücherregal, geil. Ähm... Bücherregal, Bücherregal, Bücherregal... Fuck. Ey, ich will hier... Wie viele Sekunden muss ich das machen? War ein Junge. Ähm... Ich glaub... Ich bin nicht Bookshelf-Blog, ne? Ja, das bin ich ein Blog. Okay, ähm... Ich muss grad mal überlegen. Ich hab grad gemerkt, ich hab mir die Kopfhörer noch gar nicht aufgesetzt. Okay. Ähm... Ein schönes Spiel, muss ich sagen. Vor allem, weil man da mal wieder ein paar Infos anbringen will, irgendwie, ne? Kann man schön reden, obwohl ich mir jetzt grad kein Thema rausgesucht habe, über das ich reden möchte. Ähm... Ich könnte höchstens sagen, dass... Ähm... Ich... wieder ein bisschen aufnehmen will, und... Ich... Ähm... Ja... Einfach... Ähm... Ähm... Was ist das eigentliche? Keks. Ähm... Cool. Ich hab ein Holzschwert gekriegt. Uh, yeah. Richtig krass. Die leuchten, wenn man die abbaut. Uh... Wie cool ist das denn? Ähm... Ich würd' dir sagen, wenn's nicht... mehr so lange Zeit wäre, würde ich jetzt gehen und die, äh, Seekers trollen. Ich glaub, ich geh jetzt mal die Seekers trollen. Ich glaub, ich geh jetzt mal die Seekers trollen. Ich meine, wenn ich dann selber Seeker bin, dann ist es dann eh so gut. Ich hab... Ich hab... Äh... Cool. Ich hab... Ich hab den Sieger gekillt. Irgendwie ist das als... Das Block irgendwie komisch zu springen, hab ich das Gefühl. Da kann glaub ich nicht ganz so lange rennen. Oh, fuck. Oh, fuck. Hihihihi. Schnellweg. 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 Ach nee... Die Tose verfrügt mich glaub ich gar nicht. Ich bin ganz unauffällig als Bücheregal auf dem Boot. Ganz, ganz unauffällig. Okay. Ähm... Arschloch. Arschloch, der haut mich. Meine Stimme war gar nicht irgendwie weg, ich weiß nicht warum... und ich bin ein fester Block richtig cool richtig gut die Idee öffnen 4 ich gehe weg das ist langweilig ich gehe Sieger Sieger ärgern Sieger ärgern über hohe Ezka st f f Mist ungewöhnlich Greна compatible nicht diedy das ist mir hier ein paar Bücherik Alter! Ja was anderes wollte ich eigentlich auch nicht. Achso jetzt hab ich wieder dieses Bordzeit. Okay da läuft ein Bücherregal ganz demonstrativ an mir vorbei. Hab ich eigentlich vorhin auch so gemacht. Ich würde gern raus. Ah, da ist es. Alter, Drecksbücher, Maus andauern Dreck. Alter, meine Maus! Was ist mit der scheiß Maus, ey? Warum kann ich das nicht holen? Ah, es ist tot. Okay, Käse ist tot. Ähm... Was ist der scheiß Redstone Block? Meine Maus war gerade an der uns weg. Das war voll komisch. Obwohl ich mir erst eine neue gekauft habe. Diese Gaming Maus von Trust. Äh... Komm her. Wasch mal. Alter! Drecksmaus, ey! Na komm her. Hä? Achso. Ist vorbei, okay. Scheiße. Na ja. Egal. War auf jeden Fall eine ganz lustige Runde. Ich glaube, ich häng gleich noch wieder ran. Bis gleich... So, zweite Runde. Jetzt bin ich ein Quarzblock. Also, ich hab's mir ausgewählt und es geht jetzt los. So, ähm... Ja. Wo kann man sich denn hier als Quarzblock verstecken? Ich hab keine Ahnung. Ne, ähm... Ich würd's sagen... Ne, ich hätt doch lieber Schnee nehmen sollen, glaub ich. Ähm... Block Quarz. Ich glaub... Ich glaub... Ähm... 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 Okay. Solid Block. Na dann... Ich hoffe, dass uns hier keiner entdeckt. Und wenn doch haben wir ein Problem. Ne? Okay. Okay. so auf jeden Fall hm wo sind wir damit es das Schwert bekommen ist kein Ok das ist ähnlich was mir noch fehlt bei Hedicke ist dass man sich selber als Block sieht das wäre cool so die Runde verstecke ich mich wirklich mal ähm ja wo ist es äh wo ist es auch blöd äh hier kommt glaube ich einer war da jemand so da gehen wir mal ein For Secret holen den Gisch das ist einer checkt es nicht ohne blöp das ist so gut ich liebe das ich liebe das die jagen gerade alle ein oder die sind die sehen das gar nicht oder ich glaube die sehen das gar nicht sind sie nicht mit dem Gisch okay Kienz okay 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 die sie sich in sich Krupp Krenn Krenn und sind in Krupp 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 und die Stimme die Stimme jetzt hat es geleckt ich will es jetzt und so gestohlen obwohl sich die Union Klaus Klaus das muss ich so dumm anstellt und trotzdem jemanden kriegt das ist der Klammer wenn man will auf den Tisch Prozent und jetzt sind wohl ich glaube es ist immer noch mehr Hotel und keine Melonen wo ist jetzt dieser Drecks Pool ah hier oben irgendwo ah hallo kann ich mal hauen boah nein jetzt ist das Spiel zu Ende wenn ich einmal einen finde egal auf jeden Fall denke ich das war eine ganz lustige Runde und ich denke ich wollte noch mal sagen ich nehme bald wieder ein bisschen mehr auf wieder und dann sehen wir uns denke ich bald wieder und bis dahin tschö tschö